Im Laufe der Musikgeschichte haben viele Künstlerinnen und Künstler mit ihren einzigartigen Talenten die Bühne erhält. Einer solchen Persönlichkeit, Lena Valaides, wurde eine außergewöhnliche Stimme und eine bemerkenswerte Bühnenpräsenz zugeschrieben. Doch hinter dem Glanz der Scheinwerfer verbirgt sich eine Geschichte von Herausforderungen, Entbehrungen und persönlichem Schmerz. Dieses Video beleuchtet das tragische Leben der Sängerin Lena Valaides und wirft einen Blick auf die Höhen und Tiefen ihrer Karriere, sowie die persönlichen Kämpfe, die sie durchleben musste. Die Anfänge von Lena Valaides außergewöhnlichen Leben als Sängerin reichen bis in ihre Kindheit zurück. Geboren am 7. September 1943 in Memmel in Deutschland, offenbarte sie schon früh eine beeindruckende Affinität zur Musik. Als Kind sang sie begeistert Lieder und zeigte ein bemerkenswertes Talent für den Gesang. Ihre musikalische Begabung wurde schnell erkannt und sie begann bereits in jungen Jahren Gesangsunterricht zu nehmen. Ihre Lehrerinnen und Lehrer bemerkten ihre außergewöhnliche Stimme, die über die Jahre hinweg gereift ist und zu ihrem charakteristischen Markenzeichen wurde. Schon während ihrer Schulzeit nahm Lena Valaides an verschiedenen Gesangswettbewerben teil. Ihre kraftvolle Stimme und ihr emotionales Engagement setzten sie von anderen jungen Talenten ab. Diese Wettbewerbe halfen dabei, ihre Bühnenpräsenz zu stärken und ihre Leidenschaft für die Musik weiter zu vertiefen. Mit dem Aufkommen ihrer Teenagerjahre begann Lena Valaides lokale Auftritte zu absolvieren. Sie trat in kleinen Konzerten und Veranstaltungen auf, was dazu beitrug, ihre Bekanntheit in der lokalen Musikszene zu steigern. Ihre engagierte Darbietung und ihr unverwechselbarer Stil machten sie zu einem aufstrebenden Stern am musikalischen Horizont. Es war jedoch nicht nur ihre Stimme, die die Menschen anzog, sondern auch ihre charismatische Persönlichkeit. Lena Valaides konnte das Publikum mit ihrer Ausstrahlung in den Band ziehen und schaffte es, eine emotionale Verbindung zu ihren Zuhörern herzustellen. Diese Fähigkeit sollte sich später als entscheidend für ihren Erfolg erweisen. Die 70er Jahre markierten einen entscheidenden Wendepunkt im Leben von Lena Valaides, als sie die Bühne mit ihrem außergewöhnlichen Talent und ihrer bemerkenswerten Stimme eroberte. Ihr Durchbruch brachte nicht nur Ruhm, sondern auch die Chance, ihr musikalisches Erbe zu unterlassen. Mit ihrem charismatischen Auftreten und ihrer kraftvollen Stimme eroberte Lena Valaides die Herzen der Menschen im Sturm. Es war das Jahr 1970, als sie Deutschland beim Eurovision Song Contest vertrat und mit dem Lied Julia den sechsten Platz erreichte. Diese Teilnahme brachte sie ins Rampenlicht und öffnete Türen für eine vielversprechende Karriere. Der eigentliche Durchbruch kam jedoch mit ihrem Hit Johnny Blue im Jahre 1971. Der Song wurde zu einem regelrechten Ohrwurm und machte Lena Valaides über Nacht zum Star. Die eingängige Melodie und ihre emotionale Interpretation berührten die Herzen vieler Menschen und brachten ihr nicht nur Chartplatzierungen, sondern auch den Titel Schlagerkönigin ein. Ihr Erfolg setzte sich mit weiteren Hits wie Ein schöner Tag und Ob es so oder so oder anders kommt fort. Diese Lieder wurden zu Hymnen ihrer Zeit und machten Lena Valaides zu einer der bekanntesten und gefeiertsten Schlagersängerinnen. Sie eroberte die Musikcharts und gewann zahlreiche Auszeichnungen für ihre herausragenden Leistungen. Lena Valaides Einfluss auf die deutsche Musikszene war unbestreitbar. Sie verlieh dem Schlagergenre eine frische Note und brachte eine Intensität in ihre Darbietungen, die den Menschen begeisterte. Ihre Auftritte waren energiegeladen und voller Emotionen und sie schaffte es, eine Verbindung zu ihrem Publikum herzustellen, die über die Bühne hinausging. Ihr Erfolg als Sängerin ging Hand in Hand mit ihrer Präsenz im Fernsehen und auf der Bühne. Sie trat in zahlreichen TV-Shows auf, begeisterte ihr Publikum mit Live-Auftritten und gewann die Herzen der Menschen durch ihre Authentizität und ihre Liebe zur Musik. Der Durchbruch und Erfolg von Lena Valaides waren das Ergebnis harter Arbeit, Leidenschaft und eines unerschütterlichen Glaubens an sich selbst. Sie hatte sich von einer vielversprechenden Nachwuchskünstlerin zu einer Ikone der deutschen Musikszene entwickelt, die mit ihrer Musik Generationen von Menschen berührte. Hinter dem glanzvollen Rampenlicht und den Chart-Hits verbarg sich für Lena Valaides eine Zeit persönlicher Turbulenzen und emotionaler Herausforderungen. Trotz ihres Erfolgs auf der Bühne kämpften sie im Privatleben mit schweren Belastungen, die ihre Karriere und ihr persönliches Wohlbefinden beeinflussten. Eine dieser Herausforderungen war das Ende ihrer Ehe. Lena Valaides war verheiratet, doch die Beziehung zerbrach, was zu einer emotionalen Achterbahnfahrt führte. Die Belastung einer gescheiterten Ehe und die damit verbundenen persönlichen Auseinandersetzungen hatten Auswirkungen auf ihre psychische und emotionale Verfassung. Diese turbulente Phase hinterließ tiefe Spuren und beeinflusste nicht nur ihre Stimmung, sondern auch ihre künstlerische Inspiration. Die persönlichen Turbulenzen spiegelten sich auch in ihrer Musik wieder. Ihre Lieder wurden von einer Intensität und Emotionalität geprägt, die von ihren eigenen Erfahrungen zeugten. Texte über Herzschmerz, Verlust und Sehnsucht fanden ihrer tiefen Stimme Ausdruck und verbanden sich mit den Gefühlen ihrer Zuhörer auf eine besondere Weise. Trotz der inneren Kämpfe ließ Lena Valaides sich nicht unterkriegen. Sie fand in der Musik eine Zuflucht und einen Ausdruck für ihre Gefühle. Ihre Fähigkeit, persönliche Schwierigkeiten in ihre Kunst zu integrieren, machte sie authentisch und menschlich. Ihre Lieder wurden zu einem Spiegel ihrer eigenen Reise und berührten Menschen, die ähnliche Erfahrungen machten. In dieser Zeit der persönlichen Turbulenzen zeigte Lena Valaides ihre wahre Stärke. Sie kämpfte nicht nur mit ihren eigenen Dämonen, sondern stand auch vor der Herausforderung, ihre Karriere aufrechtzuerhalten. Ihre Fähigkeit, sich trotz der Schwierigkeiten auf der Bühne zu präsentieren und ihr Publikum zu berühren, zeugte von ihrer außergewöhnlichen Professionalität und Hingabe zur Musik. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.